In diesem Video teste ich die Lemon Edition der Babel Protein Bars in der Geschmacksrichtung Lemon Curd White Chocolate. Neben der weißen Schokoladenummantelung wurde der Riegel mit sehr vielen knusprigen Krispies verziert. Man kann auf der oberen Seite schon ganz leicht die Zitronencreme erkennen. Die Zitronencreme duftet sehr angenehm, fruchtig, überhaupt nicht künstlich. Von der Konsistenz her ist es so ähnlich wie eine Buttercreme. Die Proteinmasse selber ist sehr weich. So dezent wie der Riegel gerochen hat, so schmeckt er auch. Dafür ist der Zitronengeschmack richtig angenehm und fruchtig. Überhaupt nicht künstlich oder sauer, wie man echte Zitronen kennt. Von der Konsistenz her finde ich ihn sehr gelungen. Er ist super schön weich und mit den knusprigen Krispies hat man das Gefühl, man würde einen kleinen Süßigkeiten-Snack essen. Was mir hier allerdings ein bisschen gefehlt hat, ist die weiße Schokolade. Die habe ich gar nicht daraus geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass die Riegel weniger gesüßt ist, dass die weiße Schokolade nicht so zur Geltung kommt. Ansonsten kann ich den Riegel allen Zitronenfans nur empfehlen.